Die Fahrzeuge sind alle stärker motorisiert. Da hat man von der Kraft gewusst, dass man auch die Ehe auf den Boden bringen tut. Von dieser Kategorie an in den Staubunkungen, die man mit 2, 3 oder mehr Fahrzeuge starten lassen würde. Der Bau ist offen. Ebenfalls als Hicket. Töftmotor. Und innen noch ein Eigenbau. Das ist ein Rekord. Ebenfalls mit einem Töftmotor. Der Vorderrein ist gefedert. Jetzt sehen wir den Unterschied. Ein gefedertes Fahrzeug. Oder eines, das nicht gefedert ist. Wahnsinn! Wenn ihr angesehen, versteht ihr, dass es gar unmöglich ist, dass zwei Fahrzeuge miteinander fahren können. In diesem Staubnebel wäre es gefährlich, um zwei Fahrzeuge rauf zu lassen. Scheisse! Die Fahrzeuge haben in der Regel alle Gäcke 100 PS oder über 100 PS.